Winter 2010 in Ulm. Die Spatzen wollen ja spielen, allein sie dürfen noch nicht. Das Wetter macht den Ulmer Kickern derzeit immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Am Sonntag aber soll es endlich soweit sein. Das erste Spiel in der Rückrunde bei den Amateuren vom 1. FC Nürnberg steht an. Die Jungs sind heiß, die Jungs freuen sich und es wird jetzt auch Zeit, dass das, wofür wir alle da sind, das was wir machen wollen, das ist Fußballspielen, das ist ein Punktespielen, das ist Wettkampf und von dem her wird es Zeit, dass wir so einmal wieder austragen können. Dabei hoffen die Spatzen auch mit Glücksbringer-Trainer Ralf Becker punkten zu können, denn seine persönliche Bilanz gegen die Franken sieht gar nicht so schlecht aus. Ich kann mich daran erinnern, das letzte Aufeinandertreffen waren zwei Siege. Als Co-Trainer vom KSC haben wir das erste Bundesligaspiel in Nürnberg gewonnen und haben da auch unser Heimspiel gewonnen. Von dem her kann es so weitergehen. Ob es auch mit den Spielern Bobo Meier, Holger Betz und Ruben Wiesner beim SSV weitergeht, das soll schon bald geklärt werden. Ja, wir haben den Holger Betz und dem Ruben Wiesner jetzt Angebote gemacht. Die haben sie jetzt auch schon seit ein, zwei Wochen bei sich und sie haben sich einfach da noch Bedenkzeit erbeten. Ich gehe aber davon aus, dass die Spieler hier in Ullen bleiben werden und dass wir jetzt in den nächsten Tagen, vielleicht nächste Woche, dann auch hier einen Abschluss bekommen. Beim Bobo Meier ist es so, wir haben ja auch schon Gespräche geführt. Wir sind da immer auch mit dem Aufsichtsrat natürlich, was die finanzielle Seite betrifft, auch eng verbunden und in Gesprächen. Und ich denke, da wird man einfach noch ein bisschen länger brauchen, bis man das hinkriegt. Allzu lange wollen die Spatzen nicht mehr warten, denn der Frühling steht in Ulm schon fast vor der Tür und dann soll es endlich wieder heißen, bahnfrei für den SSV. Bis zum nächsten Mal.